Jo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 4, heute mit den Freeloader Slumpy und Snow, die alte Säge. So, hallo, hallo, ich bin Snow, dies ist voll spaßig, hallo, hier schon wieder, hier schon wieder, die Volldeppen von YouTube, oh mein Gott. Und ab geht die wilde Fahrt. Ach so, ein Heli? Nein. Oh, schade. Oh, Panzer, ich begrüße sie. Volltreffer, Fahrzeug getroffen, ausgeschaltet schon, sehr nice. Die haben die Viper, oh la la. Ja, das ist nicht toll. Noch ein bisschen. Ja. Alter, der hat keine Chance, das Fahrzeug, hier sind so viele Pioniere. Pioniere. Alter, der läuft auf der Stelle hier bei uns. Habt ihr das gesehen, Alter, der hat voll gewebt, der hat voll den Beat gehabt, habt ihr das gesehen? Guck mal, der, der rennt immer auf der Stelle. Ja, das ist voll der Moonwalker. Alter, das hab ich auch noch nie gesehen. Weißt du, der konnte nicht stillstehen. Immer dieses Moonwalking-Kram. Er hat wohl zu viel Michael Jackson gehört. Wahrscheinlich. Ja. Meinst du, dass Delta neutralisiert worden ist? Pass auf, das ist ein Ding so. Na, das wäre wie ein Ball, das ist ein Ding so. Was hab ich? Panzer. Mal, was müssen wir uns jetzt die Stinger holen? Wir haben Einsatz C-Delta erobert. Oh, 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 oh. Aha. Ich klatsche in den Händen. Backe, backe Kuchen. Der Bäcker hat gerufen. Er will wie eine Kuchen packen. Der muss ja agenziebe Sachen. Oh, da vorne ist die Viper. Komm, Lukas, hier holen wir uns. Komm, 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 komm. Nein, das ist so schnell. Nein, das schaffe ich. Und. Oh. Jetzt aber. Ganz schnell. Nein, da war der Baum im Weg. Ich fass es nicht. Oh, da unten ist die Luft ab. Sehr gut. Ja. Den brauchst man aber auch erstmal treffen. Ja, da. Eier und Schmalz. Hallo. Was stehst du denn hinterm Pfeiler? Da ist Viper. Geh mir nicht auf den Sack. Toll, die Wand kriege ich nicht kaputt. Einsatzgeleck ist verloren. Ich habe einen feindlichen Helikopter genau östlich. Kannst du reparieren, Slumpy? Nee. Durch das. Alter, wie da nichts reinging. Ja, FL sagt schon alles. W-LAN. Ja. Oh, Slumpy. Also wirklich. Hör mal auf rumzuholen. Ja, ich mache richtig. Das war Kausch. Also so geht das nicht. Oh. Halt da rein. Das war einer. Das war einer von uns, auf dem ich geschossen habe. Oh. Oh, ich werde beschossen. Von wo? Wir haben Einsatzziel Bravo, Herr Oberst. Wo ist der überhaupt? Wer? Snow und so. Der ist da. Die sind da. Oh. Ich habe einen Panzer. Oh, da kommt was runter. Snow. Äh, Lukas, Vorsicht. Ja. Ist im Gelb. Den ersten LRV. Ich habe da den geschossen, Scheiße. Oh, typisch. Das ist ausgestiegen. Und das ist down. Einer down. Was ist noch ein Panzer? Du hast ein Leben oder so. Ne, das ist der andere. Oh, der rappt. Ey, das gibt es doch nicht. Den da oben habe ich sofort getrunken. Den Typen kriege ich nicht. Panzer. Oh ja, hallo. Hallo, Panzer. Hallo, Panzer. Ja, hallo, Panzer. Alter, was geht das hier gerade ab, hä? Alter, das ist gerade unter aller Sau. Das finde ich schon nicht mehr lustig. Wirklich nicht. Da hat nachhaltig. Komm. So, der Aktivschutz von dem Luff-Unster. Hat den anderen Panzer den Arsch gerettet, ne? Ja. Oh. Das sind irgendwie gerade alle Gegner. Der andere fliegt da über den Zaun. Aber es macht richtig Laune gerade. Also bin ich ganz ehrlich. Also normalerweise ist die Map ja so öde. So eintönig, finde ich. Aua, aua. Ja, den habe ich. Die kommen alle von oben, von eh jetzt runter. Ein ganzer Arsch voll. Den erstmal rappen hier. Ja, voll. Oh, ich mache mich auf den Weg hoch nach E. Das ist doch unterliegen, wie in irgendwo. Ich bin hinter dir. Ja. Iii, geh weg. Iii. 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 Das ist so nicht. Hab ich. Da ist noch einer. Ich habe meine scheiße Handfackel noch drin. Oh, Lukas. Damit hast du gestern nur scheiße schon gemacht. Ne, vorgestern. Oh, Minen, die sind so unzerstörbar, ne? Warum mit dem Munition spielt? Keiner versorgt auf jeden Fall von uns. Ah, Lukas, hier oben ist einer. Loser. Oh, Alter. Alles klar. Danke. Ja. Hatte ich vorher so Minen. Das ist weg, oder? Äh, eine ist da noch. Die ist weg. Das ist weg. Wie müssen Sie sich keine Minen? Aber hinter ihm ist einer, der schreckt sich. Jawoll. Klassischen Heddy. Oh, C. Ja, da war doch noch einer, ey. Ich kotze. Ja, ich stehe rüber. Oh, ich hänge fest. Kann ich laufen. Hallo. Hallo. Panzer bei C. Lois. No, Lack bei C. Ein Schuss, obwohl du vollgerappt hast. Der hat uns nicht vollgerappt, aber trotzdem hat er mehr als die Hälfte. Oh, und vor mir noch einer. Also, Lukas. Ja. Also, mit Minus-Steps, das akzeptiere ich nicht. Also, Gas, ja. Wunderbar. Ja, das ist nicht Day-Z. Du musst dich nicht verstecken. Ach so. Dann habe ich das Konzept falsch verstanden. Okay. Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzziel Delta verloren. Er ist ein Sniper. Ich höre ein Fahrzeug. Ich bin ein Sniper. Warte durch. Den höre ich auch. Und Lukas will ja trampeln, wenn er läuft. Da hinten. Hinten. Oh, der hat nicht mehr viel. Der Sniper da ganz hinten rechts. Ich habe auch nicht mal viel. Jawohl, den habe ich auch. Und der Sniper ist auch down. Sehr schön. Das ist auch ein Mini-Paket. Oh, hier ist noch einer da hinten. Oh, wie wir alle gierig da hinrennen, ja. Gegner. Also ich bin ganz ehrlich, manchmal wünsche ich mir jetzt schon wieder ein paar Slots mehr. Oh, abgeschmierter Spiel. Die liegen schon wieder, Minen. Wollen die mir auf Eier gehen oder was? Ich kann die gar nicht marken, sonst würde ich sie kaputt schießen. Die kannst du gar nicht kaputt. Die kannst du nur mit Granaten oder Raketen werfen und acht Panzerschüssen kaputt kriegen. Also ich mache mich auf den Weg nach D. Vielleicht kriegen wir dann die Viper mal. Boah, dieses Bergauflaufen, ne. Das ist auch alles voller Miene. Alter, ich schwitze wie Sau. Alter, den habe ich nicht getroffen mit der Piste. Ich brauche Muni. Oh, ich habe nur zwei Kugeln. Ja, ich mache mal. Ich werde jetzt mal... Oh, du kleiner Camper. So, ich werde mal Munition anfordern. Ich brauche Munition. Ich habe immer sehr aufgeregt genommen. Wieso kann ich dem Commander keine Befehle erteilen? Das ist eine gute Frage. Das geht schon wieder nicht. Voll penetrant. Alter, die haben mir gedrückt. Alter Schwede. Alter, Alter. Oh, von der Satellitenschüssel. Die stehen auf der Satellitenschüssel oder auf dieser Tafel da oder was das ist. Und da ist ein Panzer bei D. Bei D. Bei D. Bei D ist der Panzer. Den treten wir jetzt in seinem Popo. Okay. Wieso lädt sich eigentlich irgendwo unser Squad-Dinge nicht auf? Weil du es gerade vorhin, glaube ich, mal verloren haben. Ich war in aller Tod. Mhm. Boah, sind wir schlecht. Ich war nicht tot. Ich bin von dem Server geflogen. Oh, die Viper steht da. Oh, ein Fight drin. Ein Fein. Ja. Ja, war uns. Oh, noch ein Fight. Das ist noch. Noch ein Fight. Ja, mach einen Tod. Das ist auch da, aber er hat mich. Schön, hast du gemacht. Hast du, hast einen Fein gemacht. Hast du jetzt noch mal. Oh, jetzt hat er... Oh, 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 oh. Gleich stehen die Steps. Oh, oh. Gleich auch nichts. Ja, von wo? Alter, von... Oh, Viper, Viper. Oh, hier ist noch ein Scharfschütze. Bei den Kartons. Bei dem Spawner gerade drin. Bei den Kartons? Ja, mit dem Containern. Ah, da. Unter dem Schleppdach. Bums. Sehr schön. Oh, hier ist ein ganzer Arschvoll. Lukas. Ja. Eine Aufnahme auf dem Boden. Hab ich. Bei Hilfe beim Geh. Und Sniper. Sehr schön. So muss das sein. Ja, so muss das. Was macht er eigentlich? Ah, guck, guck, guck. Der an. Der Snaufer kriegt sich in einem Panzer. Alles voller Miene hier. Oh, Sniper. Aua. Jawohl. Double Kill. Oh, ich bin so schlecht. Oh, den hab ich nicht mehr gekriegt. Liebe YouTube-Leute, sagt mir mal, was ich gegen Nasenjucken machen kann. Ey, das ist echt widerlich zur Zeit. Als wenn wir Pollen hätten, weißt du? Ja. Oh, hier ist ein Arschvoller. Ist auch so lächerlich. Nimm mich mit. Warum heißt der Beste eigentlich? Guck mal, wie der Beste aus dem Team, vom gegnerischen Team heißt. Wer heißt der denn? Kokosnutter. 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 Lol. Ich bin vom Quad abgestiegen und das hat mich überrollt. Das passiert mir ständig. Musst du zur Seite gucken, wo du absteigst, dann stehst du nicht davor. Das hab ich ja gestern euch erzählt, aber ich habe, so wie mir das gerade im Kopf ist, habe ich das gerade gemacht. Daher wundert mich das eigentlich. Oh, hier ist ein Fahrzeug. Braut Ball an. Ja. Das ist ausgesichtlich. Echt? Och Mann, ey. Ab in. Na, sehr schön. So, wir müssen runter nach 10, würde ich sagen. 04, das ist ja fast episch schon. Musst du wieder Panzerfahren. Hier musst du immer hingucken, Lukas, wenn du unten bei C. Bis hier stehen sie immer und snipern runter. Ist voll dumm. Oha. Das ist nicht. Oh, oh, oh. Von hinten. Okay, schlutz an. Immer von hinten, ey. Das sind solche perversen Säcke. Treffer. Suchen sie immer die Schwachstellen, Wallace. Glaub ich auch. Oh, der ist ausgestiegen. Und hab ihn. Haha. Und das ist mein Panzer. Da. Sag deine Mama zu mir. Reparier dich. Ja, du kannst auch einsteigen. Ist ein extra Platz frei. Ist schön warm. Aber ich repariere dich erst. Ja, nee. Bevor wir sterben. Ja, gut. Ich hab den Platz schon angewärmt für dich. Uh. Oh, da unten läuft einer. Warum kann man manche Leute nicht marken? Ganz rechts war auch noch einer. Ja, ich weiß nicht. Yeah. Was denn? Nein, da hab ich zu hoch geschossen. Ich blöd, Mann. Jawohl, da hab ich ihn. Ich hab Sichtkontakt zu einem feindlichen Panzerwagen. Festlicht in aktuellen Position. Ja. Snow macht da grad richtig Action. Aber wir machen immer hier das Quack platt. Ja, weil das stinkt nämlich. Nach ganz derben, nach Magie. Oh, geh doch weg da. Nein. Ich mach Gas. Halt dich fest. Ich komme! Oh! Liegen in ihnen? Ja. Ey, die kriegst du nicht kaputt, die Dinger. Move for Sprint for Balance. Doch, hab sie! Oh, da ist noch einer. Da sind drei. Ey! Ich steig mal grad aus. Links, unter dem Gebäude. Oh, tot! Fahr du, Lukas! Was? Es kann nicht sein. Ich hab Minen-Vision an. Ich seh die immer. Juuuuh. Oh! 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 Ah, jetzt bin ich bei Snow im Panzer. Ach, hallo Snow! Ah, hallo. Oh, hier ist einer neben uns. Oh. Oh, da. Ich steig aus. Ich hoppe auf dem Dach. Boah. Soll ich dich rappen? Äh, ne, ne. Nicht hier. Nicht hier? Nur in der Dunkelkammer. Okay. Oh, die rappen dann drei, vier Leute auf dem Dach. Ballern auf mich runter. Nein. Wo kommt der denn jetzt her? Ja, ich hab ihn. Jetzt kannst du mich rappen. Ja, ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei. Oh! Wir sind noch mehr, die stehen noch nicht. Flasche voll leer. Wo ist ja Lukas? Ich hocke im Panzer unten. Und bei den C, oder was? Ja. Ich... Ja. Ja. Ey, wo sind die hier? Ich hör die ganze Zeit Raketenwerfer schießen. Hier, links. Ich steck aus. Ich hol mir den. War eh auf dem Dach. Ja. Hab ihn. Hier ist noch einer. Hast du das Fahrzeug weggerotzen? Hier hochkommen, weggerotzen. Boah. Zwei Leute gepistelt. Jawohl. Die MP443 vergeschaltet. Sehr schön. Oh! Da kommt noch eine Rakete geflogen. Und rechts läuft auch noch einer. Da kommt noch mehr. Alter, die wollen mich. Ja, ich... Ich geh schon hoch. Ich hol mir den. Der muss nicht kommen. Der muss nicht kommen. Der muss nicht kommen. Der ist umso min. LOL! Beide geckert. Der hat mir nur mit der RPG mitgenommen. Ach scheiß auf rappen. Ich nehme einfach einen neuen Panzer. Das ist gut. Ja, so war das früher bei dem anderen auch. Ja. Die Deutschen haben ihre Panzer nicht gerappt. Die haben einfach immer neue hergestellt. LOL! Da fährt der voll in die Minen. Das ganze Fahrt durch in den Watch getreten. So Leute, jetzt müssen wir bei uns hier mal zusammenreißen. Wir haben hier kaum noch Einsatzziele. Alter! Zwei Leute. Oh! Boah! Also Slumpi, du musst dich noch ein bisschen nach oben arbeiten. Wir wollen bestens Squad werden. Haha! Nicht mit mir im Squad. Ja, du solltest mal bei uns spawnen. Warum gehst du nach B? Boah, das kann doch nicht sein, Alter. Wir sind alle bei B. Bleib doch bei uns. Dann hast du mehr Chancen. Ach! Alleine kämpfen hast du keine Chance. Ich bin nicht alleine. Ich sterbe mit anderen Leuten. Ja, aber mit einem Squad laufen ist eindeutig leichter, als wenn du alleine läufst. Also finde ich zumindest. Gerade mit Leuten, die in dem PS sitzen. Wenn ich Leute treffen will, dann wird es ja schon laufen. Aber wenn ich 8 Meter daneben schieße, dann läuft da gar nichts. Die Viper treffe ich. Passt auf. Nein! Nein! Der hat die Boden... Super getroffen. Jetzt stürzt sie ab. Nee! Boah, A macht ein Panzer. A macht ein C. Würde ich sagen. Na perfekt. Wo ist Snow? Lass mich gerade reparieren, ja. Wie haut man ein Panzer? Zu B fährt gerade ein Fahrzeug. Ja, eine LRV kommt zu euch. Oh, ist schon down. Komm, fährt ein Quad. Oh Gott. Und wer schießt denn da von der Seite? So frech. Boah, ist das ne Huckelpiste hier. Alter, Vater. Ey Leute, wir brauchen euch hier unbedingt hier unten. Hier geht so die Post ab, ja. Halt noch einen Weg. Nächster ist down. Ja, noch ein Spawn vehicle. Boah, ist Min. Min, 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 Min. Oh, ich wette nur. Da ist einer. Ja. Da haben wir eine MP7 auf 800 Meter. Dann würde ich verarschen. Jo, nice. Okay. Da sind sie. Ja, zwei Stück da vorne noch. Und drei. Oh, guck mal, der hat gerade gescannt, der Ochse. Alter, ey. Puh, das ist echt nicht leicht gerade. Hier unten. Scan anfordern. Ich habe meinen Scan angefordert für hier. Hinter dir. Ja. Hinter euch. Hinter euch. Ja, ja. Zwei. Ja, die sind über uns. Achso. Dann kommen sie gleich durch den Wasserfall. Panzer von vorne. Da sind sie. Radadadadadadada. Einappel. oh, da ist... Ja, da helfe ich euch. Treffer. Zerstört. Hört auf mich. Ich wollte nur ein bisschen vor, weil ich ihn nicht mehr treffe Oh, da kommt was von hinten In dem Gerüst sind sie bei C Zwei Leute in diesem Gerüst In diesem Malergerüst Oder was das da auch immer sein soll Alter, die sitzen immer noch in dem Malergerüst Nein, der hat mir noch einen gedrückt Aber ich hab den Danke, wir müssen hier weg Haut damit euer Panzerfaust da in der Scala-Gerüst Alter, hier ist alles voll Aktiv Wieso? Alter, das gibt's doch nicht Dass die uns hier immer noch treffen Bravo, neutralisiert So, Baby, mach, komm, mach Gas Warte, lass mich mal Ab nach C Das fehlt ja jetzt nur noch, weißt du Da ist Jet LOL Ey, wie viel M15-AT-Minen haben die verlegt hier auf der Map Einige Alter Schwede, egal wo ich langfahre Ja, die sind voll mad auf mich Voll mad auf mich Wer spielt eigentlich Mev-Paket? Keiner Keiner spielt Mev-Paket Alter, von wo war ich getroffen? Die Trunk hat alles auf Das wird auch Zeit Ja Du hast alles aufgeräumt und ich hab den ganzen Schuss abgekommen Meine Mama hat gesagt, das ist richtig so Ich hab Bock jetzt auf den Panzer zu warten Spawn bei euch Nein Ey, wie da wieder nichts reingegangen ist Die Kokosnutte In den geht nichts rein Oh Im anderen Der kommt hoch, der kommt hoch, der kommt hoch zu euch Die Kokosnutte Na, alle tot Panzer fährt zu dir Ah, genau, ey Ich bin hier, der Eckkumpel erschossen von ihm Ach du Scheiße Direkt vorm Panzer gespawnt Sehr gut Und der hat mich erschossen Sehr gut Da kommen übrigens zwei Panzer Das ist genau Wenn du das schaffst, direkt ins Rohr zu schießen One-hitest du ihn Alter, Kriegsweisheit Boah, ich komm jetzt hier nicht vom Poker, ey Nein, der hat aktiv an, ey Boah Ach, der hat den Dosenöffner benutzt Ich dachte, ich hab mich hier so sicher gefühlt in dem Haus Der hat den Dosen Und ich bin an dem 2 cm hohen Strauchs hängen geblieben Die setzen alles da dran, die Runde hier echt noch zu drehen Geh ich ins Ganschip Oh ja, Ganschip, komm Oh, ich hab das dicke Ding, nee Oh, das ist voll scheiße, das Ding Der Panzer weiß nicht mehr, was er machen soll Hilfe, ich werd beschossen Boah, wie weit soll ich denn davor zielen? Am besten hier so, wa? Hier Hier Nein Oh da, Infanterie bei B Jawohl, Schaden gemacht an ihn Naja, das ist scheiße Ah, ich steig aus Das Ding ist voll dumm, find ich Komm wieder zurück Sofort Jawohl, ich komm direkt zu B Ja, hab ich dich auch Drei Leute hier weggemacht Im Ganschiff Sehr schön Jetzt kommt der Jet Barfistig Hurensohn Ich mach dich alle Oh, ich hab ihn getroffen Neun Schaden gemacht Am Jet oder was? Ja Mit der mittleren Kanone Ja, ist klar, würde ich mal sagen Wir haben nur D und C D nehmen wir weiter weg Verlieren wir weiter Ihr solltet uns mal helfen Zu C kommt gerade ein Panzer Ich bin ausgestiegen bei E Oh, sehr klasse Ich spawn und der Panzer kommt auch mal weggefahren Oh ey, der hat's echt drauf Der Ah, gut, das war jetzt ein anderer Den haben sie gerade zerstört Oh, Slumpy hat ein Panzer zerstört Oh, Slumpy Das ist heute Weltrekord Ja, aber kaum Schlecht Rekord hier Da hinten ist noch ein Panzer Offen Oh, auch nicht Ich hab den Squad ausgelöscht Slumpy Die Sniper sitzen alle in diesem scheiß Malergerüst da Ja, und rechts in dem Gebäude sitzt einer an dem MG Ich bleib an den komischen kleinen Büschen immer hängen Dann kann man mich nicht mehr bewegen Slumpy, das kommt, wenn man nicht größer ist wie ein Gartenzwerg 30 Zentimeter bin ich nur Ja, ich kenne das Ich bin nur 1,65 Meter Wenn ich durch langes Gras laufe, ja Kratzt mir die Grassamen an der Eier Ey, weil die schläflich sind bei dir Das ist bestimmt angenehm Das ist voll geil, ist das ja Ich geh' gerne in Wald und lauf durch hohes Gras Oh Oh Ich wette jetzt beide Ich glaub' aus der Folge muss ich ein bisschen was rauschneiden Ja, Quatsch Wo gehen wir denn jetzt hin? Das andere Team braucht sich jetzt gar nicht beschweren, auch wenn sie verloren haben, die haben gut gefightet, also muss man jetzt wirklich mal sagen. Die liegen unter der Treppe, ne? Ja. Ich komm da hin, schieß sie beide mit einem Magazin drin, was schreiben sie? A-A-C-E-Noob. Lol. Weißt du, egal welche Waffe du hast, wenn die da beide unter der Treppe liegen, dann kannst du ja nur beide töten. Hahaha. Ah, süß. So. Was für ekelste. Was hab ich denn für Punkte gemacht? Oh, ich glaub ich hatte gar keinen Boost an. Oh. Ja, weil 20.000 Punkte für so eine Runde ist eigentlich ein bisschen wenig. 24.000. Das ist sehr wenig, ja. Hier, achten, ist der Ding sich überhaupt noch an? Doppelt EP? Ja. Ja. Ja, für. Ja, dann hast du keine. Wenn du Disconnect hattest. Genau. Ja, aber tut Sinn. Ja, wir sagen auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten, bis zur nächsten Runde. Tschüss.